Herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo auf meinem Kanal. Heute gibt es von Funke die Cracker-Schweifraketen. Sechs Stück in der Packung. Sie sehen auf jeden Fall sehr edel aus, schlicht und einfach. Mal schauen was die können. Viel Spaß bei der Zündung. Fangen wir an mit der Roden. Richtig schön. Machen wir auch gleich weiter mit der anderen Roden. Richtig guter Zerleger. Weiter geht es mit den Plauen. In der Hardler ist die nächste blaue. Richtig, richtig guter Zerleger. Und jetzt zuletzt noch die mit der goldenen Pappe. So ein edler Effekt. Und jetzt auch die letzte mit der goldenen Pappe. Richtig, richtig guter Raketen. Ganz schön und guter Ausbildung. Dylan Sieher их2 Ab ... ... .